Jalil, hast du Bock, Baba zu pranken? Guckt euch das mal an, Freunde. Das sieht einfach echt aus. Hey, das sieht voll echt aus. Jalil, hast du Bock, Baba zu pranken? Let's go. So, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier zurück am Start. Jalil hat heute ein Fußballturnier gehabt. Und welcher Platz ist es? Achtung. Achter, oh mein Gott, wie viele waren denn dabei? Wie viele Mannschaften? Mannschaften? Sechs. Sechs, sieben Mannschaften und du bist Achter, sehr geil. So, Freunde, das ist Outfit of the Day und heute werden wir einen. Was werden wir für einen Prank machen? Ähm, Zigaretten. Zigaretten-Prank, Freunde, oh mein Gott. Es wird ja geist, Baba wird, glaube ich, richtig durchdrehen. Letztes Mal waren diese Zigaretten so weiß, das kann man schon erkennen, aber jetzt sind die... Sehen die richtig echt aus. Ja, die sehen so echt aus, so Pappe, hier so braun. Zeig. Guckt euch das mal an, Freunde. Das sieht einfach echt aus. Das Ding ist, Freunde, man muss dann so Mehl reinmachen und dann kann man das auspusten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf Toilette und gucken mal, ob das funktioniert überhaupt erstmal, okay? Let's go, lasst uns hochgehen. Heute wird Baba geprankt, heute wird ein Zigaretten-Prank haben. Das Ding ist, ich bin euch ehrlich, lasst auf jeden Fall für diese Aktion ein Abo, ein Like und ein Kommentar da, weil wir werden dann noch mehr Pranks zusammen machen und verpasst es nicht, Freunde, denn jeden Tag, also jeden Sonntag und jeden Mittwoch kommt um 18.30 Uhr, die beiden Tage immer pünktlich, um 18.30 Uhr ein neues Video, pünktlich. Nicht verpassen, Freunde, 2023 wird die YouTube durchgezogen, deswegen abonnieren und Glocke aktivieren hier bei Jawa TV. Okay, Jale, wir gehen jetzt erstmal rein und dann verstecken wir uns auf Toilette so in fünf Minuten oder so, okay? Let's go. Zeig mal, wie die aussieht. Guck mal hier vorne. Oh my God. Hey, das sieht voll echt aus. Guck mal, so von vorne, man denkt das an. Willst du mal austesten? Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal mehr reinmachen. Doch. Ja, das geht ein bisschen was. Oh my God. Okay, zeig mal, Jale, puste mal rein. Wie funktioniert das? Freunde, ich sag mich ehrlich, ob das klappt. Ich hoffe, der Prank geht nicht schief. Okay, aber Jale, auch wenn nicht, das sieht schon nach einer Zigarette aus, deswegen, auch wenn dann bei der anderen nichts rauskommt. Lass beide gleichzeitig machen. Also beide gleichzeitig. Ja, weil dann sieht es echt aus, weißt du? Einfach ich und du machen so, vor allem. Ja, ich nehm die und du nimmst sogar die noch die, worauf rauskommt. Ja, aber wenn ich mir jetzt rein mache, klappt das auch, kommt ein bisschen raus. Ja, deswegen, wir versuchen es, okay? Okay, Jale, wir machen es jetzt genauso. Du gehst schon mal in dein Kinderzimmer und chillst da, okay? Und ich werde versuchen, Baba dann zu dir zuhören. Sobald du hörst, dass die Tür aufgeht, dann, wenn er dich anguckt, das erste, was du machst, direkt so einen Zug nehmen, okay? Okay, let's go. Komm, wir machen das. Okay, Jale, du bleibst genau hier, du chillst hier die ganze Zeit. Und wenn Baba dann hier vor dich steht, dann puffst du einmal aus, okay? Let's go. Ja, Zupaf, hast du da gefallen? Baba, was, wann Jaleel ganz Zeit? No, aber, wenn du weinigst? Blüter. Was ist nicht? Wann Jaleel, Fahlia? Jaleel? Ja, ich weiß. Was? Ja, ich weiß nicht. Jaleel? Wo ist Jaleel? Das ist nicht so groß. Sie haben eine Bröden zu sehen. Wie ist das mit einem Bild von dir? Wie ist das? Du hast deinen Schreiber bekommen! Was machst du? Was ist das? Du bist die Schraubung, das ist das. Du hast mich. Das ist keine echte, guck doch. Was dein Bruder sagt, machst du? Boah, das sah echt aus. Es kommt gar nichts mehr. Aber guck mal, wenn man pustet, da kommt einfach Licht. Alter, Mittler. Absurd. Wo kriecht ihr so einen Scheiß, wo kriecht ihr die her? Boah, Internet ist groß, man kriegt da alles. Nein, Internet. Von wo habt ihr die, diese Scheiße? Das sieht aber wirklich wie echt aus, ne? Ja. Doch. So freut mich, das war's mit dem Prank. Ging schneller vorbei, als ich gedacht habe. Mach ich weg? Aber, Baba, hast du am Anfang, du hast es eh nicht gedacht. Du wusstest es eigentlich sofort, oder? Hm? Du wusstest es eigentlich sofort, dass das Prank ist, oder? Nee, erst mal, ich sag, warum ist er allein im Zimmer? Ja. Wo er gelacht hat, da wusste ich schon. Weil einer, der Angst hat, der lacht ja nicht. So, Freunde, was geht ab? Auf jeden Fall, das war jetzt der Prank. Habst du ein bisschen Angst, Baba? Auf jeden Fall, das war echt witzig, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr Pranks sehen wollt. Weil wir können auch das noch mit anderen Sachen machen. Muss ich nur Zigaretten sein, kann doch... Wollen die 6 Millionen? 6 Millionen! Und dann machen wir... Wir wollen die 6 Millionen haben. 6 Millionen auf TikTok-Kolle. Und hier eine Million auf YouTube. Das ist auch wichtig. Singen, liken, kommentieren, Spaß haben. Und wir sehen uns Mittwoch. Tschüss!